Dieses Wissen macht dich langfristig frei. Möchtest du einmal eine spannende Übung machen? Stell dir doch bitte einmal Folgendes vor. In den nächsten Jahren, sagen wir in sieben Jahren, wird ein Mensch ganz neu in dein Leben treten. Und der wird deinen Haustürschlüssel besitzen, der wird dein Auto fahren, der wird in deinem Haus wohnen, der wird an deinem Tisch sitzen, von deinem Teller essen und er wird in deinem Bett schlafen. Er wird alle die Dinge benutzen, für die du hart gearbeitet hast und die dir ans Herz gewachsen sind. Der wird aber auch deine Kontoauszüge lesen. Und der wird auf dem Kontoauszug ablesen können, wie erfolgreich du finanziell warst in den letzten sieben Jahren. Der wird auch, wenn du in den Spiegel schaust, dich angucken. Wenn du dann kritisch in dieses Spiegelbild schaust, wirst du sehen, schaut mich da eigentlich ein glücklicher, ein zufriedener, ein stolzer Mensch an? Ein Mensch mit Selbstvertrauen, mit Selbstbewusstsein, mit Charisma? Ist das jemand, dem ich folgen würde als Mitarbeiter? Ist das jemand, den ich als Partner hätte? Dieser Mensch, den du da im Spiegel siehst, das bist natürlich du. Du hast ihn geschaffen. Du hast ihn erschaffen. Und weißt du wodurch? Durch die Entscheidungen, die du heute und in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten triffst. Durch die Dinge, die du heute und in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten tust. Aber auch durch die Dinge, die du nicht tust. Frag dich doch mal, wie dieser Mensch aussehen sollte. Weißt du, die meisten legen das nie fest. Ja, ja, mehr Geld. Ja, ja, mehr Charisma. Ja, ja, toller Job. Ja, ja, super Partner. Es gab eine interessante Studie. An einer Elite-Uni hat man einmal 20 Jahre, nachdem die Studenten von der Uni abgegangen sind, diese Studenten gefragt, wie erfolgreich sie geworden sind. Und dann hat man gesehen, 3% waren erfolgreicher als die 97% vom Rest zusammen. 3% hatten mehr Lebensglück, haben sich mehr Erfüllung gegeben in der Eigenbenotung und das dann auch belegt mit Argumenten, hatten viel mehr Geld, viel mehr Immobilien, Firmen und so weiter als 97% zusammen. Wie kann das sein? Dann hat man sie gefragt, was war der entscheidende Unterschied? Und dann hat man gesehen, dass die 100% der Abschlussklasse eine Aufgabe bekommen hatte. Sie sollten nämlich aufschreiben, was sie vom Leben wollen. So wie ich es dir eben empfohlen habe. Dass du dir vorstellst, in sieben Jahren, die hatten damals gesagt, in 10 und in 20 und in 30 Jahren, dass sie aufschreiben sollten, was für ein Auto soll das sein? An was für einem Tisch sitze ich? Was für einem Haus? Was esse ich? Was für ein Partner ist es? Was für ein Job ist es? Wie ist mein Tagesablauf? Die hatten viel Zeit bekommen und sollten es aufschreiben. Das war schönes Wetter. Und die meisten haben sich so auf dem Campus verteilt, im Park. Da haben einige Karten gespielt, andere sind schwimmen gegangen. 3% haben diese Übung gemacht. 3% sie haben es aufgeschrieben. Die anderen 97 haben es nicht aufgeschrieben oder nur so ein paar Worte und sind dann spielen gegangen. Kann ich gut verstehen bei schönem Wetter, aber überleg mal, diese 3% haben so viel zusammengehabt, diese 3%, wie die anderen 97, wie die ganze große Gruppe. Das heißt, über 30 Mal so viel. Also frage dich, wie willst du wohnen? Was willst du tun? Welche Freunde willst du haben? Über wie viel Lebensqualität wirst du verfügen? Und weißt du, du wirst feststellen, wenn du das aufschreibst, dann wird es ziemlich wirr. Also im Kopf können wir das gar nicht, du musst es wirklich aufschreiben. Aber wenn du es aufschreibst, wirst du auch sehen, dass es nicht so leicht zu strukturieren ist. Und da habe ich einen ganz einfachen Tipp für dich. Block dir jetzt die Zeit, wann du diese Übung machst, erstens. Also nimm dir ein Blatt Papier und sag, dann und dann will ich diese Übung machen. Du kannst es ja limitieren, muss ja nicht ein ganzer Tag sein. Es kann ja sein, dass du einfach sagst, ich will mal anderthalb Stunden darüber nachdenken. Wenn ich nicht fertig bin, dann terminiere ich mir nochmal irgendwann anderthalb Stunden. Drei Stunden. Und ich verspreche dir, das wird dein Ergebnis mindestens verzehnfachen, was du hättest, wenn du diese Übung nicht machst. Wahrscheinlich sogar verdreißigfachen. Also hier ist mein Tipp, wie du das sehr strukturiert machen könntest und trotzdem träumen kannst, aber eben in einer Struktur träumen kannst. Stell dir mal vor, in sieben Jahren besucht dich ein guter Freund. Stell dir vor, wer das ist, vielleicht hast du den auch schon. Und diesen Freund, den triffst du ganz früh morgens. So schon zum Aufstehen. Du legst also erstmal fest, bevor willst du aufstehen. Zu der Zeit klingelt der. Du bist also gerade aus dem Bett gefallen und der Freund sagt, ich wollte dich schon so lange versuchen, mein Lieber. Klasse, dass wir das jetzt machen können. Und ich habe eine große Bitte. Darf ich dich einfach mal einen Tag begleiten? Weil ich habe gehört, dass du so erfolgreich bist, dass du so ein Tier geworden bist. Darf ich einfach mal den ganzen Tag zugucken? Und du sagst, weil es so ein lieber Freund ist, klar kannst du machen. Und jetzt führst du deinen Freund durch den Tag. Wo putzt du dir die Zähne? Machst du eine Meditation? Machst du Morgensport? Wann frühstückst du? Was frühstückst du? Was machst du nach dem Frühstück? Arbeitest du? Arbeitest du zu Hause in einer Firma? Wie sieht das aus? Was ist dein Job? Dein Partner? Hast du Kinder? Kommen die an? Was sagt dein Partner? Was sagt deine Partnerin? In was für ein Auto steigst du ein? Wie ist die Umgebung von deinem Haus, wenn es ein Haus ist oder ist es eine Wohnung? Wie ist es? In welchem Land lebst du? Träume und strukturiere das alles. Frag dich aber auch, wie sind deine Emotionen? Bist du ein fröhlicher Mensch? Rufen da irgendwelche Leute an und sagen, da gibt es ein Problem. Wie reagierst du? Nicht um eine Show zu machen vor deinem Freund, sondern du willst ja, du selbst sein. Es soll ja nur eine gedankliche Hilfe sein, dass du wirklich aufschreibst, was in deinem Leben das Traumleben wäre. Dass die meisten sich gar nicht trauen, weil sofort überlegen ist ja gar nicht realistisch. Oder überlegen, das ist die größte Gefahr, dass du dann versuchst zu überlegen, wie kann ich das schaffen? Und wenn du auf das Wie gehst, dann ist es vorbei. Schreib nur auf was. Was würdest du gerne haben? Weil ich glaube fest, die Natur gibt uns keine Träume. Die Natur verschwendet nichts. Sie gibt uns keine Träume, die wir nicht auch erfüllen können. Also, willst du ein fröhlicher Mensch sein? Willst du ein erfülltes Leben haben? Willst du ein Leben haben, auf das du stolz bist? Das dich wirklich so mit einer Genugtuung erfüllt? Ja, mit einem Gefühl des Stolzes, weil du auch anderen helfen kannst, weil du für andere einen Unterschied ausmachst. Für deine Familie, vielleicht für deine Stadt, vielleicht für dein Land. Ich weiß es nicht. Deine Entscheidungen von heute bestimmen die Antworten auf diese Frage. Und eine Entscheidung ist, wirst du diese Übung machen, die ich dir unfassbar ans Herz lege. Also, deine erste Entscheidung ist, willst du die Ziele einmal aufschreiben, dann setz dir einen Termin, wann du das mit dir selber machst. Und eine zweite Entscheidung, die du treffen könntest, ist, dass du dann sagst, ja, ich brauche Bilder. Weißt du, dein Unterbewusstsein braucht Bilder. Die Worte müssten in Bilder gepackt werden. Und deswegen empfehle ich dir, als zweite Entscheidung zu sagen, ja, ich baue mir, ich lege mir an ein Traumalbum. Ein leeres Buch, in dem du alle Bilder reinklebst, die das ausdrücken, was du da vorher in der Übung aufgeschrieben hast. Ich habe eine verrückte Sache gemacht. Ich habe so ein Traumalbum gehabt. Und dann habe ich mir als junger Mann, als ich komplett verschuldet war, vorgestellt, ich möchte einen Rolls-Royce fahren. Ich möchte einen Rolls-Royce fahren und habe dann in einem so High-End-Magazin so einen Rolls-Royce gesehen, habe den ausgeschnitten, habe den in mein Traumalbum reingeklebt und habe auf diese Seite aus irgendeinem Grund nie mehr draufgeguckt. Und als ich dann, ein paar Jahre später, meinen ersten Rolls-Royce hatte, habe ich mir gedacht, als ich da so drin saß und mir den so angeguckt habe, ich bin so voller Genugtuung da rumgegangen. Und irgendwie, kennst du das, wenn man so ein Déjà-vu hat, hatte ich das Gefühl, ich kenne das Auto. Ich wusste aber nicht, woher. Ich konnte es mir nicht erklären. Und dann ist es mir, ich glaube, ein paar Wochen später erst eingefallen, dass ich noch mal in mein Traumalbum gucken sollte. Ich kram also mein Traumalbum raus, blätter da drin und sehe diesen Rolls-Royce. Eins zu eins. Die gleiche Außenfarbe, dasselbe Modell, dieselbe Innenpolsterung, ein herrliches Beige mit bestimmten Initialien reingeprägt. Wunder, wunderschön. Was ich dir sagen möchte ist, das funktioniert. Aber weißt du, es funktioniert, ob du es machst oder nicht machst? Hey, wirst du jetzt sagen, Bodo, spinnst du? Ja, weil du kannst es bewusst machen, das meine ich damit. Und dann holst du diese Dinge wirklich in dein Leben. Oder du machst es nicht, dann machst du es aber unbewusst. Und dann holst du Dinge in dein Leben, die du gar nicht willst. Dann konzentrierst du dich auf Dinge, die gar nicht wirklich Bestandteil deines Lebens sein sollten und die du gar nicht wirklich willst. Also, wenn du es nicht bewusst machst, du machst es immer, aber dann machst du es unbewusst. Und deswegen wäre es gut, wenn du es bewusst machst. Schreibe also deine Ziele auf. Mache das Traumalbum. Und überleg doch mal, wäre es nicht einfach wundervoll, wenn du wirklich ein sehr glücklicher, ein vermögender, ein starker, ein inspirierender, ein charismatischer Mensch wirst? Noch mehr, als du es vielleicht jetzt schon bist. Übrigens kannst du da noch weitermachen, wenn du diese Ziele alle mal aufgeschrieben hast, diesen Tagesablauf mit deinem Freund zusammen oder wie auch immer du deine Ziele notierst, das ist ja nur eine gedankliche Hilfe, dann frag dich doch mal bei jedem Punkt, den du da notiert hast, brauche ich dafür Geld? Brauche ich eigentlich dafür Geld? Und dann wirst du erstaunt sein, ganz gleich, was du über Geld denkst, für wie viele Ziele du tatsächlich Geld brauchst. Denn Geld ermöglicht dir Freiheit. Und ich möchte dir dabei helfen, dass du diese Freiheit bekommst und auch das Geld, was dazu nötig ist. Und dazu möchte ich dich buchstäblich an die Hand nehmen. Alles, was du dafür tun musst, ist einfach, dass du auf die Beschreibung hier auf dem Link klickst, um gemeinsam mit mir deinen Weg zu Wohlstand und Glück zu starten. Nachdem ich gelernt habe, damals, als ich verschuldet war, worauf es wirklich ankommt, um Wohlstand aufzubauen, habe ich mich entschieden, anderen Menschen dieses Wissen mitzuteilen. Und in den letzten Jahren habe ich einen vierteiligen Workshop entwickelt und den habe ich immer weiter verbessert. Geld muss nicht dein Sorgenthema sein. Aber Geld wirst du brauchen, um deine Träume zu erreichen. Und ich kann dir zeigen, wie du dieses Geld in dein Leben ziehst. Das Wissen, das ich dir gebe, hat die Kraft, dass du langfristig mit deinem Geld alle deine Wünsche erfüllen kannst und wirklich frei bist. Da kannst du endlich aus dem Hamsterrad raus. Du kannst Träume leben. Denn wenn du finanziell frei bist, bestimmst nur noch du selbst, was du tust oder was du nicht tust. Du kannst dann machen, was du wirklich liebst, so oft und dort, wo du es tun willst. Du kannst den Menschen, die dir am Herzen liegen und natürlich auch dir selbst ein Leben in finanzieller Sicherheit mit einem bestimmten Komfort ermöglichen. Dieses Wissen macht dich langfristig frei. Es ermöglicht dir, so zu leben, wie du es willst und wann du es willst, wie du es willst. Zu reisen, wohin du willst. Deine Zeit zu verbringen, wie du es dir erträumst. Und dieses Wissen erhältst du von mir in insgesamt vier Videos. Vielleicht fragst du, was dich die Teilnahme an diesem Workshop kostet. Nichts. Ich schenke dir einen Platz. Mein Coach hat damals an mich geglaubt und hat mir diese einmalige Chance gegeben. Und ich habe sie ergriffen. Ich habe die Entscheidung getroffen, ja, ich will das wagen, obwohl ich es mir nicht vorstellen konnte. Ich habe es auch nicht geglaubt. Aber ich habe die Entscheidung getroffen, ich mache das. Und es war sehr, sehr gut für mich. Ich habe das bekommen, was ich mir erträumt habe. Und noch mehr. Ich habe meine Erwartungen noch weit übertroffen. Heute sage ich dir, ich glaube an dich. Und deswegen lade ich dich zu diesem Workshop vollkommen kostenfrei ein. Klicke also jetzt auf das Link unter diesem Video und sieh den Weg, der dich zu deinen Träumen führt. Melde dich jetzt dafür an und ich freue mich, wenn du mein wertvolles Geschenk annimmst. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, mach aus deinem Leben ein Meisterwerk und werde der Beste, der du sein kannst. Dein Bodo